Dieses Jahr, kann ich sagen, war der Hammer. Wir haben alle vier Titel wieder eingefahren, wir sind zum vierten Mal in Folge Meister geworden. Ohne technische Ausfälle, perfekt. Die Fahrer haben einen absoluten Top-Job abgeliefert. Ja, das schaut vielleicht von außen hin leicht aus, aber das ist natürlich das Ergebnis von harter, konsequenter Arbeit. Ich bin Martin Andersen, 28 Jahre alt und der neue TCR-Germany-Champion der 2022-Season. Ich hoffe, dass ich mit dem Team bleiben kann. Ich liebe das Team, die Atmosphäre und die Leute hinter mir. Mein Name ist Roland Hertner, bin dieses Jahr Trophy-Gewinner wie letztes Jahr in der TCR Germany und freue mich über den Titel, dass ich den beim letzten Rennen schon einfahren konnte. Dass wir so viele Jahre einen treuen Partner wie Ligby Molli haben, ist einzigartig im ganzen Motorsport. Ohne die Unterstützung und Support wäre es nicht möglich, so erfolgreich über so viele Jahre im Motorsport zu sein. Und da hat ein persönliches Dankeschön. Ohne euch wäre es nicht machbar.